hallo und herzlich willkommen bei ein vielleicht mögliches let's play schönes einschalten heißt wir spielen pacific pacific es soll ein gruseliges horrorspiel sein man fährt mit dem auto hin und her ressourcen und man ist in einer Zone wo der Anomalien des Genes passiert so ganz genau weiß ich auch nicht aber lass uns ich möchte es mit euch und dir möchte ich das erleben so zuerst vor mir haben wir noch mal schauen jetzt fahren wir durch den Druck hübschen scheinwerfer ein sehr schön geht es erst mal C ist chemisch aus ja oben brennt vielleicht muss man da hin vielleicht sind wir Mitarbeiter oder vielleicht jeden guten jeden guten film die 8x zum Beispiel die Leute entführt werden spiel lassen wir das Ratschuford da geht es ja nicht weiter war nicht ok 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 dann ja das ist bestimmt hier der Berliner Mauer die Mauer muss weg oh schwind oh es geht hier ab ich habe mich ein nee ah ok ich kann so drauf gucken die bauen doch Staudamm oder so was passiert denn jetzt hier oder was möchte ich hier was will ich hier warten ok ich bin jetzt Mitarbeiter bin ich jetzt äh Reporter oder was mache ich oh äh nicht gut nicht gut nicht gut Auto aus weg oh shit ähm nein unterwegs unterwegs immer noch unterwegs mit vielen Autos bin echt gespannt wie es ist können wir kommen darauf schreiben ob das ob wir also selber spielt ich habe das heute erst angefangen wenn ihr das schaut ich weiß nicht äh gleich hochladen oh das war mal mein Auto das war mein Auto das war mein Auto olympic olympic Exkursionzone Finde Transportmöglichkeit äh Sprinten äh Sprinten äh Sprinten äh meins ist ja weg Efink das kann nicht gesund sein äh sowas so hellgrün leuchtet zu移st rachio aktiv äh Das ist der Standort. Ich habe schon gesagt, dass die Spiele sich standardisieren. Was muss ich machen? Ja, ich bin hier. Okay, ich kriege irgendwas. Das war rot. Das ist der Radar. Du sollst das tun auf dieses Stück von Jahren vor. Okay. Geh mich drauf bleiben. Okay, das war das. Das ist nur erst eins. Und dir. Das ist auch schön. Das ist richtig. Steilkindes. Auto. Okay, ich schenke. Bring dich in Sicherheit. Start mit dem Motor. Okay. 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 Ja. 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 Ich kann nur eins gucken. Oder vorne. Okay, da kommt was. Dreh sich da kommt was. Ja, er dreht sich. Ja. Ja. Das ist ein Lüttler. Ja. 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 Oh. Stopp. um die tipps noch so klein der kanöster wieder euch da rein gekriegt 20 50 einstecken anmachen und los nach vorne ach so ruhig geschaden ich habe schon ein kontroller aber geht ich habe noch ein kleineser er ist wieder ein kleineser das ist ein kleineser das ist ein kleineser das ist ein kleineser das ist ein kleineser dann kommt es in der nächsten Jahre schau mal auf den kleinen und sagt mir das nicht wie die Reimler das ist nicht genau der das muss man schauen, ist wie schnell dieser Das Breacher scheint zu bewegen. Ah. Wenn ich nicht besser wusste, würde ich sagen, dass ich die Geschwindigkeit des Geschwindens... Keine Chance. Keine Chance. Sie haben eine Remnant und ist ein Auto? Gott Gott. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich bin tot, um wie ein combustor-Engine ist noch schädlich. Okay, das ist nicht so. Wir haben uns zuerst. Oh, shit! Shit, 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 shit. Ich kann nicht so gut, das ist. Ich bin tot. Oh, scheiße. Los, gang gang! Fahr, 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 fahr! Fahr, fahr, fahr. Fahr. Wie lange nicht, genauer. Wenn du den Schild aufschlangen hast, geh mal in dich, lass dich auf ihn ab. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber besser auf die schlechten Seite, als lass dich auf dich zu leben. muss ich hier rein? muss ich hier rein? wo ich lang? wo lang? ah, das ist gut, ok ok, 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 ok Werkstatt Ok, Werkstatt das ist ein Zählis oder gut, ob man Zählis so, Einheiten aber ich mach' ah, schön so, hallo hallo zu zu freutes Wetter freutes Wetter ab gehts aus, es war schön zu zu Sicherungsschalter um lege den Sicherungsschalter das ist bestimmt der hier, oder? ähm mit der Buchsack ja ja hat er hat er das hat er hat er hat er ist 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 ne Aha, ok. Warte mal, Alter in der Werkstatt. Wachen wir, wachen wir. Warte mal, warte mal. Es ist 11 Jahre und 17 Volumen. Das ist 13. Achtung, ich habe ein Blumen. Warte mal. Ich habe gerade einen Kaffee, die du hierher gekommen bist, hast du einen Riff gehört zu sein und ich würde dich lieben, um die Hölle aus meiner Zone zu kommen. Was soll ich machen? Ich bringe das Rad wieder ein. Ich hab die Radflug. Die Platten. Dann hab ich wirklich keine Rad. So fahrt mit den 3 ministrierten straws Und dann steif es durch! Du dieißt du, ja nicht! Du bist so, ja nicht! Du bist so. Stoff fetz. Ach so. Ach ne, ich muss ein paar mehr. Checkliste anheften. C. Ach da, okay, wen gesagt. Hol dir Gegenstände aus. Ach, genau. Das ist wie bei jedem spielen. mit der öffnung das machen dann gleich aufbrechen muss das da schifft das der ganze ist rüberjagen was haben wir da klar ist so ist das nicht quelle kraftstoff und brandschatz kraftvoller brandsatz so habe ich alle so neben mir fehlen nur schrauben und plastik was passiert hier wo ist das verschrotter mit wurde gegenstände plastik habe ich schon mal plastik so ist das wie ist alles dass wir hier noch verschrotten das hier das hier ok da fehlt man noch besser besser wie man so wie mache ich das jetzt mann ja wieder plastik oder ich hätte es erst ich kriegst du 4 von 3 4 und 3 Was ist das? Sollte die Rehe. Sollte die Rehe doch was. So, let's go, let's go. primitiv sind sie es ist es hat und jetzt lassen das mutter okay okay jetzt muss ich es reparieren ich bin jetzt auch noch ein Rücken immer klatschen, immer kopf ok das zeigt unten an das ist dies ganz, aber hier haben wir gerade auch erst repariert hier 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 Dach. Hier. Wenn das Rohmatur geht, um das Auto zu reparieren. Ah, warte mal, hier war es. Klatsch. Uh, was haben wir das? Ich scanne den Platten. Wie soll ich denn das machen? Ach, 10. Okay, Rapportur. Abdichtgit herrschte jetzt. Oder ersetzte den Platten gegen einen Satzrad ab. Wie kann ich das bauen? Abdichtgit. Ja. Okay, dann kann ich das jetzt hier, oder? Muss ich das hier bauen? Ja. Herstellung. Hammer. Hammer. Ähm, R. Oh ja. Happy Boat. Ähm, warte mal. Möchte ich das in die Hand nehmen? So. Hä? Hör mal. Stopp, stopp, stopp. Genau. Aha. Lockers Rad scannen. Mechaniker-Kit ausrüsten. Einmal, auch. Ich hab's den Ball in die Hand nehmen. Ich hab's den Ball im Kofferbauern. Und ich hab's den Ball. Ich hab's den Ball im Kofferbauern. Ich hab's den Ball im Kofferbauern. Okay, das bestimmt ja was man in dem Zeug reinpacken kann, oder? Oh, eine Werkmatte in den Luft. Oh, eine Werkmatte in den Luft. Okay. Werkmatte. Okay. Ja? Aha, mhm. Oh, da ist ein kleiner Prototyp in der Garage. Das ARC-Device. Hucke es an deinem Auto, woher es passt. Okay, habe ich. Diese Schönheit nicht nur deine Tourguide sein. Es ist deine Nordstar und der einzige Weg zurück zur Sicherheit. Du solltest es den Vater, Son und der Heilige Geist sein, wenn du planst, um zu leben zu bleiben. Das ist, wie wichtig das Ding für dich zu sein wird. Ja, das ist meine sehr eigene Invention. Ich werde dir mehr darüber erzählen, wenn du es genug genug leben möchtest, um es zu benutzen. Okay, muss lange wohl leben. Hol dir einen Ersatz, äh, eine Aste Höfe. Okay, wo du musst. Okay, das ist kaputt, oder was? Aste Höfe. Ach, es spinnt. Man muss ja weiterlesen. Es spinnt. Kann ich hier irgendwas drüber holen? Ich weiß nicht. Warte mal, Aste Höfe gibt. Was hat es? Ich weiß nicht. Warte mal, Aste Höfe gibt. Okay, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Äh, lege, Gegenstände für die Fahrt in deinen Kofferraum. Äh, paar Schrott, Fackel, Aste Höfe und Benzinkamist. Äh, ein paar Schrott. Da ist der Höfe. Da ist der Höfe. Was muss noch? Ich glaube nicht, oder? Was muss noch? Was muss noch? Da braucht ihr einen. Im Puls Humor. Okay, Zahnrad, was ist was? Zahnrad, Zahnrad Ach ja, für was? Was hat Zähne? Nein, hier. Mit dem Impulshammer Bauplan und dem Vorderen Werk gesteckt. Ach ja, darf ich nicht hin? Okay, jetzt muss ich den bauen oder was? Ich benutze Bumbe und Benzinschuppe für Ehmen. Ach ja. Ah, ich muss drauf bleiben, okay. Ah, da oben steht es ja auch, rechts oben. Sehr schön. Gut. Wenn du fertig bist, schau mal auf den Projektor gegen die Wand. Wir lernen hier. Ach ja. Ach ja. Ich nehme mal. Das ist die Zahn. In diesen Bordern, all matter ist die Möglichkeit, zu halten eine konstante physicalität. Was das bedeutet, ist, dass die Form, Size und Make-up von ungefähr alles, konstantlich verändert. Mild grassen, kann es um 10 miles von Schwamm in den Blick eines Augen und es macht. Konstantlich. Es ist causiert, von etwas, was wir nennen, in Stabilität. Wir sind komplett verletzt, und wenn du siehst, durch die ganze Räume, wirst du verstehen, dass du nicht willst, woanders zu gehen. Wir können nur hier leben, in hier, in Stabilität. in Stabilität. Das ist die Räume. Ich habe hier. Das ist die Räume. Das ist die Räume. Das ist die Räume. Wenn wir dich aus der Zone finden, dann brauchen wir eine neue Antenne. Bis dann, dann werden wir die Stabilität über die allgemeine Umgebung Also, du musst für die Parten schießen. Das bedeutet, einen Räume. Geh' mal, eine Räume. Der Okta-Vise in deinem Auto wird dann zeigen, wo du gehen musst. Okay, okay, okay. Wir drehen jetzt drauf. Drei Stunden? Oder was? Wie ist das? Niedrig? Geil. Geil. Geh' zurück. Steig' in mein Auto. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann rein. Auf die Straße. Okay, blau. Sorry. Blau Punkt bin ich. Gegenste Ruhe. Ein kaputter Reifen. Wenn sie nicht so vielleicht noch reparieren sollten. So. Ja. Okay. Ich muss da hin oder was? Drei Stunden. Ist doch das Einzige. Das war. Hm. Waschen doch. Vergiss nicht. Oh, wo bin jetzt? Radiosender. Hohen Gebiet. Feuchtwald. Also. Okay, newbie. I'll keep this simple. I want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna and the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. But that's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Okay, we've been here. Okay, let's see. The material is replaced. The last one is the plasma generator. The scanner is the plasma generator. Okay, okay, okay. Yeah, okay. Okay, good. The Octavice is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has built in scanner. Use it on the plasma generator. It'll figure out the tools you need. What is this? Hold on. Open. Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. well, look, alkotene. From that much, you need to have to help you! like, that's okay, like, that's right. let's try to make twocraft cameras. was that did appear to do the Бог takes to? collect some DISPs on it? Usually we can't get the glass power to do it. Not at all. There he's not Warte mal, warte mal, wir müssen doch hier bestimmt den Schottding da mitnehmen, oder? Den, 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 den wir da hin, und wir gehörst mal da rüber, du auch. Was haben wir? Gummi und Altengüter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie kann ich hier drehen? Material verschieben? Ach, er. Oh, es ist hier drin, oder? Was ist das? Politiker ist hier drin, aber gut, auch mit dem. Oh, das ist gut. Keine Glasflaschen, äh, weißt du? Glas Scherl und ein Glasflaschen. Oder geht das? Ich will es. Warte? Ne, Zahnreis hoch. Oh! Oh! Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transport, homes, outpost facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrapes the area. So loot to your heart's content, just loot away! Okay. Okay. Mach da. Ichgruppe mal, da habt ihr bestimmt so genihafte Fahnau. Warte, nein. Um, also guck mal, da habt ihr nun doch bestimmt so genihafte Fahnau. Oh! so gut ich könnte kurz noch mal zusammen ich könnte es nicht mehr ja... ja... hey, uh... driver... i bet you die to hear all about the remnants by now okay... can you not? i'm a little busy trying to keep them alive i'll keep to the basics i promise they deserve to know what they're getting into fine i'm giving you 60 seconds that is not nearly enough time to get 55 seconds in counting okay 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 Die Remnant sind die alten Objekte, die alles andere Dinge machen. Sie sich mit den Menschen befinden, und du bist die letzte Verletzung. Du und die Fahrer sind jetzt nicht separat. Also, du kennenzulierst. Als die Remnant befindet sich jemanden, dann wird sie plötzlich mehr mit ihm beschäftigt. Das macht die Verletzung über die Verletzung, bis sie mit ihm schlafen, bis sie mit ihm schlafen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist die Verletzung. Das ist die Verletzung. Das ist das erste Mal. Aber was wir noch? Es wird noch nicht so. Aber wir wissen alle über die Panser-Remnanten. Oh my, das war mal. Es hat einen alten Kabel zum Kabel. Und der Teig, der aus dem Ding kam, war... Und jetzt, wir spüren die Transmissions, zu deinen Begriff. Aber wir können doch nicht sein, und wir können nicht direkt, und ihr Radio und Hüttes. Oh, das ist auch klar. Oh, das ist klar. Okay. Okay, ich kann doch hier bestimmt... das ist das mit der schrift von noch einmal mit schritt bestimmt hier drin oder plastik klaus was bist du klaus flasche stoff batterie ich finde ich muss nur noch holen achten haben wir jetzt alles? ja ich brauche jetzt die Deckel zu genau, da geht es langsam kaputt gut dann bauen wir uns mal den im Pool zusammen haben wir den jetzt auch das ist ein bisschen das ist ein bisschen weiß Rucksack wie vieler wasser immer noch auch hier ja so jetzt gut ja wir gehen den kaputt las mal ich brauche fünf Stück brauche ich ich brauche fünf Stück drüber wird bestimmt noch einen nee ok so fünf Stück Autos werden wir erst nächste Folge sammeln ich hoffe es hat dir gefallen und dann sage ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüssi tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal